Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei der neuen Folge Red Faction, wo wir im letzten Part ja tatsächlich diesen komischen Bürokomplex abgeschlossen haben, wo der komische, ja weiß ich nicht was das für ein Furzi war, der hat hier wohl so ziemlich das Sagen und er hat uns hier, nachdem wir ihm mit einer Pistole bedroht haben, hat er uns hier aber doch noch irgendwie rausgeholfen, was ja eigentlich nicht verkehrt ist von ihm, ne ich mein klar, sonst kurzen Prozess, er musste uns ja eigentlich, wenn du willst, jetzt steht er hier, das ist er ja sogar, ja dann, okay, move, ja, Du gehst mich in Eos, Parker, ich habe genug Dirt auf Ultor, um ihn immer wieder zu verbreiten Scheiße Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, weil Okay, wir müssen ihm aber wohl auch immer ein bisschen den Weg freimachen, habe ich gerade das Gefühl Oh, ach da, oh, du Penner Treff ich ja gar nicht Doch, ein Headdy habe ich ihm gegeben Du Lappen, du Lappen Aber ich muss echt aufpassen, wisst ihr was, ich glaube, ich werde auch gleich nochmal, zu Beginn des Parts, werde ich auch gleich nochmal lieber, zack, ne runde Safe Gang betreiben Halte ich mittlerweile eine ganze Menge von Ist sehr Ach, ich komme mal hoch dann, ach so Und wir haben eine Mischmaschinenpistole gefunden Und vier, was, Granaten Echt mal, jetzt bekommst du hier noch mehr Knaren Also verschiedene Waffen sind hier in Hülle und Fülle Was passiert jetzt? Jetzt ist der Laser ausgegangen, ja Und die Bilder wiegt die Feier Krass Geil Hier haben wir nochmal ein First Aid Und dann setzt natürlich wieder Coole Musik ein Wieso haben wir da jetzt Weh so ne Warum habe ich da jetzt zwei verschiedene Anzeigen Warte, ist das jetzt? Aha, und die? Ist das nicht das gleiche? Ist doch das gleiche, oder nicht? Hä? Ich verstehe das nicht Hat das mehr Wumms? Oder wie? Ich kann ja eigentlich nicht, ne? Ich behalte einfach mal das andere Haben wir gleich weniger gehabt von Das heißt, die ist vermutlich ein bisschen wertvoller Gehe ich jetzt mal von aus Okay, da hinten sollen wir ja dann anscheinend weiter Aber was ist hier? Okay Kommen wir hier durch? Nein, kommen wir nicht Oder kann der Typ das wieder hier Ausschalten? Ne Kann ja nicht Wir müssen dann wohl doch erst da Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ist er weiterge... Er rennt da hinten schon wieder umher Maschinenpistole, weiß ich nicht Die schießt aber anscheinend sehr genau Das gefällt mir Was ist das denn? Du bist jetzt in den Bot-Repair-Shops, Parker EOS-Squad sollte dich bald treffen Die bauen hier wohl Roboter und sowas alles Workshop Was ist das? Alter, hier sind die Okay, der in hat schon mit dem Schrot geschossen Das heißt, wir kriegen die jetzt wohl gleich Ah, die haben wir jetzt wieder Das ist gut, aber die Maschinenpistole, die fällt mir eigentlich auch nicht Äh, auch ganz gut Die fällt mir auch nicht Die fällt mir eigentlich auch ganz gut Die ist doch eigentlich Schön Schön genau schießt die Das gefällt mir Das gefällt mir sehr Sogar Workshop Ah, hier ist so eine Art Lagerraum, ja Hier kommen wir nach oben anscheinend, oder? Kann das sein? Aber wie Ach jetzt, ach der kommt runter Na, das hätte ja jetzt bald die Klappe wieder Da steht doch einer schon Oh, ich habe ich doch gesehen Kollegen Fahren wir mal hoch Echt, das ist total cool gemacht, das Game Ich kann das nur immer wieder sagen Du Arschloch Okay, jetzt ist der nächste Der nächste Laser aus Und was haben wir jetzt noch aktiviert? Hier waren ja jetzt eben zwei Schalter Was bewirkt der? Lassen wir es mal lieber so Nicht, dass wir uns hier was verbauen Echt, ich verstehe das nicht mit dem Mit dem Ding jetzt hier Was ist denn? Ach, da sind zwei dran Jetzt macht er die da unten an, ne? Und dann Jetzt Da oben, ne? Genau Die wird schon mehr Foot haben Hier, also die Sekundär Waffe ist das dann, ne? Sekundär, Primär Wie auch immer Jedenfalls die da unten Die wird ein bisschen mehr Wumms haben Nehm ich mal ganz stark an Ich bin auch echt total am Suchten hier gerade Ich kann eigentlich gar nicht aufhören Macht doch echt wirklich sehr, sehr viel Spaß Da stimmt er ja gleich zweimal los Aber hier ist nicht Hier ist nichts, ne? Hier sind nur Die Camps Okay Nachlernen bitte Na klar, jetzt sieht er auch erst Da sind ja sogar zwei Magazine dran Verschiedene Warum geht das jetzt nicht auf? Äh Was ist das für ein Ton? Für eine Musik? Was? Was zur Hölle war das? Warum geht jetzt hier nicht auf? Hier war doch gar kein He- Äh, gar kein Schalter Ach doch da Wie ist der so ist, hat Ich sehe doch wieder nichts Alter, wo? Wo ist der, wo ist der Wo ist der Typ mit der Schrotflinde? Wo bist du? Da steht er Ist er tot? Ja Jut, 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 jut Das ist jut Dafür bekommen wir jetzt auch im Moment noch gar nichts, ne? Für diese Zweite, äh, schärfere Knarre Ach hier, ach da war jetzt Hier ist, mehr ist hier nicht Nur so eine Lagerraum Hm Folle mich, da ist eine schwarze Türe hier Was ist das? Aha Was ist das? Was ist das denn? Ach, da sind wieder Handgranaten, ne? Okay Er kennt hier doch diverse Diverse Geheimräume Aber gut, da muss er ja eigentlich auch Alter Warum schießt denn das Ding auf ihm? Mach mal auf hier das ding leute wie soll die nun wieder platt kriegen was haben wir denn hier die granate wird herzlich wenig bringen wenn ich die dahin werfe wie weit wirft er das dann über alter äh, ist die Tüels kaputt? los jawoll klappt doch ich zeig mal die, 40 dann nehmen wir doch lieber wieder die alter okay alter, kanns rinkommen ist alles sicher jetzt hier komm komm putt 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 will er nicht ja muss er doch aber ich kann doch, ich kann doch jetzt hier nicht nun kannst komm jetzt, ist alles sicher hier, komm hä hä, was grinst du mich so an? nun komm wir müssen doch jetzt hier weiter denn er muss doch jetzt hier irgendwie wieder was öffnen oder wird da, ja ich, ich, ich ich weiß nicht also ich kann halt hier alles bloß so andöten döten andöten oder brücke hier wieder eine granate um hier durchzukommen äh ich sage ich davon noch fünf okay, ja ich muss ja nur probieren da passiert gar nichts, ne doch es geht alter, die sind, die haben aber eine Reichweite, wa ich bin ja gleich down jetzt sag mir nicht, du gehst da nicht doch, danke okay wenigstens haben wir hier nochmal ein Hellspack so, was ist das? da war da passiert nichts was haben wir hier noch? hä ach, warte mal geht jetzt gar nicht mehr dann kann er dann kann er jetzt was ist jetzt passiert? ach, das ist ja gesch- ach so, ach, die Kamera das ist ja genau das, wa was die hier alles mit reingemacht haben in dieses Spiel wahnsinn einfach nur wahnsinn was kann ich jetzt wo muss ich denn wo soll ach, jetzt kommt er erst ja, nun ah nice krass, alter, wa richtig geil aber wie gesagt, ich finde das nach wie vor echt richtig schade, dass das nicht auf Deutsch ist also auch nicht mal tja der Untertitel nicht mal der schade ich hab auch wirklich alles probiert das hinzubekommen irgendwie es ist es ist einfach nicht möglich ach du scheiße sterbt oh stopp alter, ist das geil ho 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 aber meine Frage ist jetzt wohin einfach hier durch irgendwo da kommen wir ja oder was da kommen wir hier nicht durch woanders hin nach oben vielleicht das muss bestimmt irgendwie erst auf oder hier warte mal wir setzen das nehmen wir nochmal ab so und ich möchte jetzt eigentlich nochmal ganz gerne aussteigen wie geht denn huch komm ich jetzt hier scheiße ich komme jetzt hier gar nicht mehr warte mal wir müssen doch jetzt irgendwo raus hier oder nicht ey ich muss aufpassen ich hab nicht so viele Raketen Munition ebenfalls nicht alter wie geil das ist wie soll ah einfach nur ein bisschen weiter ranfliegen Felix oh man alter krass jetzt fliegen wir hier noch mit so einem Ding umher wir können ja eh nicht aussteigen mitbekommen und hier würde ich glaube ich sowieso gar nicht aussteigen wollen okay was ist das muss ich die Dinger kaputt machen oder ist das jetzt Munitionsverschwendung das ist wahrscheinlich Verschwendung oh aber krass ist das trotzdem schon alter ist usgeil mit dem Ding geil was ist der nächste moment scheiße direkt mehr sparen können die Rakete noch die zweite okay da sieht ein bisschen grün aus hier ist wo er der Dschungelbereich der Dschungelbereich ach ne ach ne das alles klar das ist ein Verbindungsgang wir müssen anscheinend hier weiter alter er will es aber wissen wa 400 Schuss haben wir noch und 5 Raketen muss aufpassen jetzt ey echt da ist der nächste hinten ne ist das nicht der nächste eben schon wieder gewesen da da oben jo der schießt schon haben wir weg wo wird uns das hier wohl noch hin verschlagen hab ich da nicht noch gleich einen zweiten gehört ne ist das hier einfach nur eine Höhle oder ist einfach nur so ein ah alles ah ok ok ne hier geht doch ah ne ist doch nur eine Höhle ich hab gerade gedacht hier geht das doch noch weiter aber nein ah wir müssen wahrscheinlich sowieso die roten Signallichter hier immer folgen ok hier sieht aus wie so eine kleine Basis schau und die ruhe und du lass mal gleich deinen raketen verstecken parker clear out this area before you find land down you and you can you can you can can you you can Ich muss dich gar nicht verstecken, mein Freund. Okay, da hohen 29 Patronen noch und drei Raketen. Aber müssen wir jetzt hier aussteigen? Ich weiß ihn natürlich nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich weiß nur, wenn wir hier... Ah, okay. Macht davon ganz allein, ne? Super. Wie lange wir den Typen hier noch brauchen, ne? Ist doch cool, der hat nicht immer nur einfach so kurzes. Ich feiere da total. Ganz ehrlich. Darauf doch einen kurzen Ladebildschirm, Leute. Okay. Hier sieht es jetzt wieder doch ein bisschen... Okay. Ich kann nicht mehr die Orionsgruppe auf meinen Monitoren sehen. Wird wahrscheinlich zum selben Raum führen. Hier irgendwelche Laufbänder. Förderbänder, wie auch immer. Ach, du Heiliger. Okay, wir folgen... Wir folgen mal den Typen einfach. Da hockt der schon. Warte. Warum hat der Angst? Wovor... Ist der das überhaupt... Doch. Was ist denn los mit dir? Okay. Zack. Zack. Okay, jetzt haben wir das geöffnet, aber... Was bringt mir das? Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Also wir müssen da bestimmt... Wir müssen da bestimmt runter, aber wie? Warum ist das Ding jetzt wieder... Ach, da schließt sich wahrscheinlich... Nach einer Zeit wieder, oder? Nein, 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 nein. Langsam, langsam. Alter, ich wollte nur ein Stückchen runtergehen. Mal probieren, ob das überhaupt geht. Was ist der? Oh nein, wir wurden jetzt zuletzt gesperrt... Ah, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ist jetzt nicht dein Ernst, Felix. Boah, nein, scheiße, Mann. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen hier eh Feierabend... ...und im nächsten Part sehen wir uns genau da wieder... ...wo ich eben die Sturm bin. Also, ich bedanke mich natürlich bis hier natürlich wieder... ...für zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe nämlich mega Spaß mit dem Spiel hier. Echt, das hätte ich nie gedacht. Aber naja, ihr kennt ja meine Meinung. Dass ich echt finde, das ist wie Half-Life damals eins. Und ja, naja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part da wieder, wo ich gestorben bin. Also, bis dann und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute.